Oh, schon die letzte Ebene. Mensch, das ging ja flott. Zweites Oblivion-Tor, schon fast am Ende. Wahnsinn. Aber erstmal heilen wir uns und dann reparieren wir erstmal und dann geht's weiter. Also wir kommen echt gut voran. Also zweites Oblivion-Tor schon. Oder drittes sogar schon. Ich weiß es jetzt. Ich komme schon wieder ganz durcheinander. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es nicht das erste Oblivion-Tor, das wir jetzt dicht machen werden. Und auch nicht das letzte, hoffe ich. Aber das hängt ja nicht unbedingt nur von mir ab. Das hängt auch so ein bisschen mit vom Spiel ab, tatsächlich. Denn wie gesagt, das Spiel positioniert die ja völlig per Zufallsprinzip. Oh, was hast du denn da schon wieder? Ja, und die Magiekundigen, die sind immer noch... Ach, Oblivionsumarmung. Ja, nee, muss ich nicht haben. Danke. Nein. Brauche ich nicht. Oh, hi. Der ist erledigt. Okay, seine Rüstung lasse ich mal liegen. Und der ist auch down. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich schon wieder nicht heilen, weil da irgendwas... Ja. Jetzt ja. Jetzt ja. Vorher nicht, jetzt schon. So. Jetzt müssen wir tatsächlich unseren Federzauber benutzen. Jetzt muss ich sogar gleich einen weiteren Federzauber benutzen. Für den ich gerade keine Magie habe. Supi. Das ist natürlich prima. Warum habe ich eigentlich nur zwei? Ich dachte, ich hätte drei. Aber irgendwie habe ich nur zwei. Da. Magie reicht nicht aus. Ich da schon lese, ne? Magie reicht nicht aus. So. 809. Alter, da muss man sich mal auf der Nase... Äh, auf der Zunge zergehen... Auf der Nase zergehen lassen. Sag mal. Wird ja hier richtig kreativ hier heute. Was ist denn los? Brainstorming bei Lars Viper. Was ist da los? So. Das war das Oblivion Tour Nummer 7. Ich glaube Nummer 7. Handy ist voll. Ah. So. Ah. Und der Frieden ist auch in dieser Gegend wieder hergestellt. Bis das nächste Oblivion Tour kommt. Wir rennen jetzt erstmal schnurstracks zu unserem Freund. Der sich schon regelrecht nach uns sehnt. Oder auch nicht. Überleg mal. Alleine mit den beiden Zaubern können wir schon 800 mitnehmen. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas... Nicht du verkaufst mir etwas, sondern ich dir, mein Freund. Den Stab der Stille können wir weggeben, weil... Nö. 800.000 haben wir erreicht. Damit sind wir den nächsten Schritt gegangen zur Million. 810.000. Jetzt muss ich tatsächlich einmal zum Markt vetteln, weil ich habe etwas dabei, das werde ich nur da los. Nämlich die... Den Stö... Mösel und Stöße. Die werde ich nur speziell los. Leider. Da werde ich nur bei den Alchemie-Heini los. Oh, Ria, du bist richtig flink. Möchte ich dir mal sagen. Richtig flink. Blöderweise habe ich jetzt leider vergessen. Kommen wir zum Geschäft. Nee, sie war es leider nicht. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass... So. Nein. Ich würde gerne mal wissen. Was seht euch vor? Ich weiß es nämlich leider nicht mehr. Wo genau... Ich glaube, in Koroll war das, ne? Ich glaube, in Koroll kommt die Beschwörung zum Einsatz. Ich glaube, da war das. Ich meine, es gibt einen besseren Zauber als den Dremora-Zauber, den wir jetzt haben. Nämlich für die Dremora-Fürsten, meine ich, war das. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja auch nochmal bei unserer guten alten Kämpfer-Gilde vorbeischauen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Können nämlich sagen, dass sie auch nochmal ein bisschen Kohle für uns haben. Alter, wir sind so schnell. Ein Tauch! Oh, ein K steht da einfach nur. Ja, geil. Bitte, was wollen wir mehr, ne? Der rennt da ein bisschen alle Ewigkeit rum. So, und dann gehen wir mal zur Mage-Gilde. Nein, danke. Hi. Nichts, danke. Was ist mit dir? Ja, 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 ja. Immersion, ja. Sagen sie übrigens immer nur, sobald man auch nur einen einzigen Infamie-Punkt hat. Also das finde ich echt lächerlich. Schönen Tag. Hm, habe ich mich doch geirrt. Dann war es An... War es Anvil? Ich glaube, das war dann Anvil, ne? Komm, wir machen mal einen kleinen Abstecher nach Anvil. Ich würde echt gerne mal wissen, wo es Beschwörungszauber gibt. Aber es müsste eigentlich Anvil sein. Wenn es nicht Dings ist. Aber man kann so viel sagen. Ich habe ja auch schon am Ende der letzten Session, hatten wir ja in die Statistik geguckt. 152 Quests geschafft, wohlgemerkt. Kann man mitarbeiten, ne? Also da braucht man wirklich nicht viel da. Ja, ja, komm. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Äh, nein, du hast leider... Das ist alles Wiederherstellung. Auch hier. Apropos, wo wir gerade beim Thema Wiederherstellung sind. Ist die Kapelle eigentlich wieder hergerichtet? Müsste sie ja eigentlich sein jetzt, ne? Wo die Knights of the Nine durch sind, müsste die eigentlich wieder in Ordnung sein. Ist sie auch. Ja, 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 ja. Meine Fresse. Nur weil ich einmal missgebaut habe. Oh, irgendwie fehlt hier der Tisch. Ach, der ist hier drin. Ah, ja. Bisschen anders aufgebaut als die anderen. Willkommen, göttlich. Der nennt mich noch göttlicher Kreuzritter, obwohl ich eigentlich schon längst keiner mehr bin. Das ist auch schön. Gibt es hier keinen, der irgendwie mal so ein bisschen zauberkundig ist und uns ein bisschen was beibringen kann? Oh, Mensch, Leute. Das ist aber... Das ist aber traurig hier, ne? Wollte hier mal, äh, so loswerden. Jo, und an Veel hat sich ja einiges getan. So viel kann ich auf jeden Fall sagen, rückwirkend. Zwei Geisterquests, eine weibliche Banditenbande, die wir ausgeschaltet haben. Der Mann, der Gräfin ist wieder da. Ne? Also, ich glaub, die Stadt hat wirklich einiges erlebt. Seitdem wir angefangen haben. Und ich will jetzt herausfinden, ob es hier noch irgendwo einen Zauberkundigen gibt. Ich hoffe. Nein, kannst du nicht. Auch ihr. Wir suchen gleich weiter nach Oblivion-Toren. Keine Sorge. Ich muss nur erstmal mich dann, äh, äh, um die Dings kümmern. Ich hoffe, ich kann... Nein. Ach, war das nicht sogar nur der eine, der Zaubersprüche hatte? Oh, das ist immer so scheiße, wenn es immer nur eine ist. Ich hoffe, ich... Ah, sie kann nämlich auch nicht helfen. Die ja von, äh, Lorgrin ironischerweise als Mann bezeichnet wurde. Das ist noch das Beste daran. Ne, ist eine Frau, wird aber als Mann betitelt. Okay, alles klar. Hat sich per Magie einfach verändern lassen. Vom Mann zu Frau. Ach, dankeschön. Ne, sie läuft nicht nur viel, sie kämpft auch viel. Sollte man auch nicht vergessen, ne? Gut, hier werden wir nicht fündig. Schade eigentlich. Gut, dann gehen wir jetzt zum Eissackturm. Legen die Sachen ab, die wir... ...per Kampf erworben haben. Ehrenvoll erworben haben, sollte ich noch dazu sagen. Und dann werden wir weitersuchen nach weiteren Oblivion-Toren. So. Erstmal den Wohnbereich wieder. Ich meine, dass ich auch das eine oder andere Schmuckstück dabei schon hier gekriegt habe. Ne, tatsächlich diesmal kein Schmuckstück. Das überrascht mich jetzt ein wenig. Aber dafür jede Menge alchemistische Zutaten. Oh ja, oh ja. 17 Deadra Herzen. Alter. 10 Deadroth-Zähne. Ei, 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 ei. Oh ja, schon wieder einiges herabgekriegt, wa? So, und dann geht's einmal ins Gewölbe, wo der ganze Rest ist. Deswegen finde ich ja den Turm so toll, weil man kann hier ja so viel lagern, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, in keinem anderen Haus kann man so viel einlagern wie hier. Also auch so verteilt, ne, wohlgemerkt. Deswegen, deswegen finde ich auch, glaube ich, den, äh, fand ich auch, glaube ich, damals schon den Eistackturm so toll, weil du hier ja so wunderbar einlagern kannst. So, dann haben wir hier die Schriftrollen. Da kommen ja auch nochmal etliche dazu. Genau, dann haben wir hier nochmal eine makellose Perle, die in, ionisch, ionischer, ironischerweise, äh, keinen Wert, äh, oder nur sehr wenig Wert hat. Sag ich jetzt mal. So, wie sieht das denn mit Waffen aus? Irgendwas Magisches? Ja, ein magisches Schwert. Kommt hier mit rein. Zack. Ich glaube, das war's dann tatsächlich auch schon, ne? Ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Perfekt. Dann können wir uns jetzt wieder auf den Weg machen und weitere Oblivion-Tore suchen. Das machen wir auch. Hallo? Danke. Dann wollen wir mal weiter gucken, wa? So. Ne, ich möchte gerne mal in die Richtung gehen. Weil die Richtung, die ist so derartig leer, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da nix ist. Da ist ja unter Garantie irgendwie eine Mine oder eine Höhle oder sowas und bestimmt auch das eine oder andere Oblivion-Tore. Würde ich fast vermuten, ansonsten würde ich mich ziemlich verarscht vorkommen. Aber ich glaube, wenn das hier alles wirklich so gebirgig ist, wie ich das gerade sehe, dann kann es sogar sein, dass es zutrifft. Aber es kann doch nicht sein, dass es hier keine Ortschaft gibt. Also kein, 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 kein Bereich. Eine Höhle oder eine Mine oder sowas. Wenn es schon keine... Nö, da ist wirklich gar nichts. Da ist einfach mal nix. Weil sonst würden wir ja zumindest mal einen Hinweis drauf kriegen. Ah, doch, hier, Eileiden. Ah, siehste, 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 ja, ja. Meine ich doch. Ich wäre echt erschüttert, wenn es heißen würde, nö, hier ist einfach mal nix. Einfach mal tote Landschaft. Da ist einfach mal gar nix. Keine Ruine oder so, nö, nö. Alles friedlich. Alles ruhig. Ich komme da nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Ich will da hoch. Lass mich hoch. Kennt ihr das auch? Wenn ihr wollt ja irgendwo hin und dann kommt ihr nicht ran, weil... Ja, weil das Spiel sich sagt, nö. Computer sagt, nein. Einfach mal. Das ist die einzige Ortschaft, die es gibt. Tatsache. Hame. Und einen dicken Braunbären, der unbedingt mal einen auf dem Kopf braucht. Kein Problem. Lässt sich einrichten. Kein Oblivion-Tor. Einfach nur Hame. Ah ja. Na gut. Ich glaube, bei Erpelgrund gab es auf jeden Fall ein Oblivion-Tor. Gucken wir mal. Dann müssen wir jetzt tatsächlich wieder Richtung... ...in die Richtung. Hm. Das ist ja echt doof, dann, ne? Aber mal kein Oblivion-Tor in der Richtung. Genauso tot, wie ich es mir dachte. Eine einzige Ortschaft mehr nicht. Wow. Supi. Einfach Wahnsinn. Ja, hier gibt's bestimmt ein Oblivion-Tor. Bin ich mir fast schon sicher. Aber nur fast. Erstmal gibt's hier einen Wolf. Oh. Sogar der Bessere. Okay. Ah, jetzt nicht mehr. Ah, Herr Doktor-Schlammkrabbe. Er gibt sich die Ehre. Und er nahm sie sich auch gleich wieder. So ist das manchmal im Leben. Ah, da gibt's, glaube ich, hoch zu der Hütte, ne? Ja, ja. Da geht's hoch zu der Hütte. Hm. Scheiße. Welche Richtung war das jetzt? Ich bin mir gerade nicht mal sicher, welche Richtung das war. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall da hoch. Aber ich meine, in irgendeine Richtung hier gab es ein Oblivion-Tor. Irgendwo an einem Fluss gab es eins. Ich bin mir fast sicher, dass es dieser Fluss hier ist. Wo ein Oblivion-Tor steht. Bin nicht direkt hinter der Hütte, klar. Aber doch schon in der Nähe des Flusses. Lernen wir noch mal ein bisschen Zirudiöl kennen. Das ist doch auch mal schön. Das ist aber auch ein Fluss, wa? Mein lieber Mann, ey. Ach, ist das nicht die? Ach, du... Ja, ja, danke. Super. Es wecken... Es werden gerade unangenehme Erinnerungen, Wacht. Doch, ja. Ich sehe nämlich gerade, wo ich bin. Ich gehe mal zu Halons Wacht. Denn ich glaube, hier in der Nähe... Ich weiß nicht, ob hier in der Nähe ein Oblivion-Tor ist. Aber ich kann mich auf jeden Fall an die Quest der Kriege gilte noch erinnern. Boah. Mit den drei Erlichten. Oh, was habe ich die Quest gehasst. Da habe ich auch geflucht wie am Spieß. Das weiß ich. Vor allem geflucht wie am Spieß. Ne, ist klar. Ne, ich haue jetzt keine Rehe um. Das wäre... Ne. Muss nicht sein. Dr. Schlammkrabbe ist schon er. Aber die Rehe, die tun ja nichts. Die sind friedlich. Einer der wenigen Tierarten, die tatsächlich durchgehend friedlich ist. Selbst wenn man sie angreift, sind sie friedlich. Oh, es ist einfach mal kein Oblivion-Tor hier in der Nähe, ne? Einfach mal komplett friedliche Gegend. Noch. Kann sich auch ganz schnell ändern. Batsch. Schlag auf die Fresse, fertig. Kampf vorbei. Das nenne ich mal ein epischer Kampf. Kampf beginnt. Zack. Ein Schlag. Tod. Kampf beendet. So ist das manchmal, ne? Freunde, so ist das. Jetzt wird es auch noch dunkel hier. Supi. Also im Spiel meine ich jetzt. Ne? Nicht in real life. Ah, guck mal. Wir kommen auch schon wieder in eine vertraute Gegend. Hm. Ach, guck mal. Hier sogar noch Nirnwurz. Mensch. Ziemlich weit oben. Die Stelle ist doch hier eigentlich fast schon prädestiniert für ein Oblivion-Tor. Ganz ehrlich. Aber hier ist keins. Hier ist einfach keins. Da. Ja, tötet sich selbst. Bist du Bescheid? Hm. Hm. Das ist Vermina. Soweit ich weiß. Da ist also kein Oblivion-Tor. Ne, ne. Gut, das muss aber nicht heißen, dass hier generell keins ist. Kann trotzdem immer noch sein, dass ich... Irgendwas greift mich an. Keine Ahnung, ich latsche einfach mal weiter. Irgendwann wird die Kreatur schon auf mich treffen. Oder eben halt auch nicht. Auch gut. Aurelia ist halt zu schnell. Ich halte jetzt aber gerade mal kreuz und quer ausschau, aber... Oh. Habe ich eine Mine vergessen zu finden? Okay. Eine Mine. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Ach. Guck mal an. Und in der Nähe dieser Mine ist tatsächlich ein Oblivion-Tor. Ich werde verrückt. Mit Sicht zur Kaiserstadt. Tja, Mensch. Was sagt man dazu? Leere Mine. Da ist doch da hinten tatsächlich ein Oblivion-Tor. Direkt in der Nähe von Nagastani. Interessant. Guck an. Wie sieht's denn bei uns gewichttechnisch? Ja, 110 Pfund sollte eigentlich gehen. Bisschen Krabbenfleisch. Ja, gut. Ja, das sollte gehen. Ja, ja. Das sollte gehen. Doch. Ich glaube, dann werden wir tatsächlich gleich auch einen Angriff auf das Tor versuchen. Was heißt versuchen? Wir werden einen Angriff durchführen. Na, erstmal müssen wir uns noch hier da... Ja. Der Wache bemächtigen. Was wir soeben getan haben. Ihr habt gefunden. Ein Tor nach Oblivion. Jawohl. Genau das haben wir. Na, trabt sich hier noch jemand rum? Ja, da hinten. Ist noch ein Dedra. Siehste? Ja, du bist nicht sexy. Also, äh, ein Klannwahn? Hier? Ist ja noch ein Dedra irgendwo unterwegs, oder? Nein, Mädchen, du bist nicht sexy. So. Bewaffnete Xibela, ja, aber wo ist der Xibela? Ach da! Kommst du bitte mal runter? Ja. Wie schön, ja, auch einfach mal mit der Waffe die Hand wechseln, ne? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Und durch. Und das ist ein, ähm, Tor. Ja, das ist richtig, aber irgendwie eine andere Variation. Eine, die wir noch gar nicht hatten. Auch mal interessant. Mal gucken, was uns hier erwartet. Viele, viele Dämonen, ja. Viele, viele Kämpfe, ja. Durchaus richtig, ja. Und ich glaub, da hinten ist auch schon der Hauptturm. Es reicht, wenn ich den umhau. So. Was da denn hier? Angreifen und zurückziehen? Das ist aber nicht hier die feine englische Art. Ich weiß, auch der, der sich zweimal in dieser Session zurückgezogen hat. Ja. Stirb, Schweinehund. Oh, da ist er down. Oh, was? Wo kommt der denn her? Autsch, Autsch, Autsch. Ja, ist ja gut beruhigtig, Alter. Eskaliert erstmal völlig. Und ich hab schon wieder vergessen, Aurea aufzuwerten. Verdammt nochmal. Ich denk da echt nicht dran. Gut, das sieht mir sehr nach dem Hauptturm aus. Und es scheint so, dass wir schon wieder einen kleineren nutzen sollen, um an den großen ranzukommen. Es wirkt zumindest so. Ah ja. Autsch. Oh, du bist ein Schwächling? Okay. Sag ich doch, du bist ein Schwächling. immer drauf da auf die Lodde. Ja, ich hab dich genau gesehen. Ganz kleines Mistvieh. Ja, ja, ja. Ich hab dich ganz genau gesehen, sag ich ja. Schön, dass hier auch einfach mal direkte Tür ist. Wohin führt die denn? Turm des Todes. Ah ja. Ja, es ist aber nur ein kleiner Nebenturm. Nichts wirklich Wichtiges. Und da ist er auch down. Jawohl. Ja. Was soll dieses Tor da eigentlich? Die Brücke ist doch eh total im Arsch. Also auf den Weg kommen wir auf jeden Fall nicht in den Hauptturm. Ist doch so. Mensch. Ich bin keine Kröte. Sehe ich aus wie einer von Jiraias, äh, ne? Vertrauten Geistern? Autsch. Alter, wie hoch ist die geflogen? Geiler Tausch. Vergeltung der Feigheit. Ah ja. Haben wir noch gar nicht. Ach, Mensch. Immer schleudern die uns durch die Luft. Was soll denn das? Ich glaub, das funktioniert auch nur mit dem Zweihänder und mit dem Kriegshammer. Meine Fresse nochmal. Ich meine, es gibt auch so eine ähnliche Ebene tatsächlich in Skyrim. Aber fragt mich nicht, in welchem Zusammenhang. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaub, das war... Nee, ich... Keine Ahnung. Bevor ich irgendwas Falsches erzähle, lass ich's lieber ganz. Okay, wir sehen auf jeden Fall. Okay, wir sehen auf jeden Fall die Tür, das ist schon mal gut. Stimmt, der Bärenpelz frisst so viel. Alter, die Stiefel einfach mal auf einen Punkt runter. Bist du Bescheid, ne? Mein lieber Schwan, ey. Aber kommt jetzt schon wieder? Schon wieder ein Zivillai. Der jetzt soeben erledigt wurde. Und unsere Beschwörung geht auch nochmal hoch. Jawoll, sehr gut. Komm, den Atronak nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon dabei sind. So. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir den auch noch mit. Ach, guck mal, sind wir aus einem anderen Dings gekommen. Ah, okay. Verstehe. Andere Perspektive. Ah, ja. So. Ah, ja. Wir haben gerade mal den Turb betreten, treffe gleich direkt auf einen der Höchsten. Supi. Ja, ich verbanne euch. Ich höre ich irgendwie öfters. Und letztendlich bin ich immer derjenige, oder in dem Fall diejenige, die die Leute wegschickt. Ne? Autsch. Was? Was wolltest du sagen? Soviel dazu. Das sieht doch gut aus, schon mal. Noch einer. Das ist natürlich auch sehr gute Kampfmusik. Einfach mal gar keine. Doch, jetzt schon. Gerade eben hatte ich irgendwie keine Kampfmusik auf dem Ohr. Also, ich muss sagen, für die zwei Stunden läuft's prächtig. Doch. Ja, ich repariere den jetzt einfach mit Scheiß drauf, ganz ehrlich. So, kurz mal aufsetzen. Ach, ja. So, weiter geht's. In wilder Fahrt, wozu die langen Pausen? La, la, la. So. Alter, drei von denen. Hilfe. So, das war der schon mal. Hi, 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 einfach mal drei Stück von denen gleich. So, das war der schon mal. Untertitelung. Im wilder Fahrstuhl. Vielen Dank.